Huch, die Maus ist viel zu schnell, was kann ich tun? Unter Windows 11 ganz einfach, Start klicken, Einstellungen, dann hier mal Maus eintippen und dann wird verschiedene schon vorgeschlagen und du kannst jetzt hier einfach mal auf Mauseinstellungen gehen, dann ein bisschen runter scrollen, nein nicht runter scrollen, sorry, hier bei Mauszeigergeschwindigkeit siehst du, dass die auf Maximum steht. Ich kann sie jetzt zurücknehmen und dann habe ich halt hier eben so ein bisschen eine langsamere Maus, ein bisschen schauen, es wird direkt, wenn ich es hier ändere, angepasst, dass es nicht zu langsam ist. Hier kannst du natürlich auch noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel primäre Maustaste festlegen, drehen mit dem Mausrad, eine sehr, sehr nützliche Einstellung, gerade wenn für ältere Herrschaften, die so ein bisschen Probleme haben mit der Mausbedienung. Wenn du dem Kanal schon länger folgst, dann weißt du auch, ich gehöre schon zu den älteren Herrschaften. Ich bin Lars vom Kanal it-zeugs.de. Damit du keine weitere Folge verpasst, denk daran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut, bleib gesund, ciao.